Ich unterhalte mich heute mit Frau Dr. Hellwege, Rechtsanwältin aus Deutschland, aber gleichzeitig auch mit einem Büro in Palma auf Mallorca. Frau Dr. Hellwege, haben Sie eigentlich in erster Linie mit deutschen Klienten auf der Insel zu tun oder wie sieht das aus? Ich habe in der Tat überwiegend mit deutschen Mandanten zu tun, sowohl mit Deutschen, die hier in Spanien bzw. Mallorca ansässig sind, als auch mit denjenigen, die nicht ansässig sind, hier aber Immobilienbesitz haben. Immobilienbesitz, gutes Stichwort, weil jeder wird älter und dann wird etwas vererbt. Man weiß nie genau, kann man immer auf der Insel bleiben, wenn man ein Haus besitzt oder muss man eventuell auch mal zurück nach Deutschland und dann sind die Erben da. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, auch für Ihre Arbeit. Das ist in der Tat ganz richtig, auch bedingt durch den Generationenwechsel, den wir ja derzeit auch erleben. Viele Mandanten treten an mich heran mit der Frage, wie soll ich meinen Nachlass gestalten? Das heißt, welche Steuern fallen im Falle eines Erbfalles an? Wie hoch ist die spanische Erbschaftssteuer? Das ist in diesem Zusammenhang oftmals das Stichwort, wie kann man gegebenenfalls den Nachlass gestalten, um diese Steuer zu reduzieren oder gar zu vermeiden? Und haben Sie da Lösungen? Es gibt, wie man immer so schön sagt, keine pauschalen Lösungen, es gibt keine Patentrezepte. Es gibt in der Tat Lösungen, es gibt je nachdem, wie werthaltig das Objekt ist, die Möglichkeit, es bereits zu Lebzeiten zu übertragen und sich als Eltern beispielsweise einen Niesbrauch vorzubehalten. Es gibt die Möglichkeit, die Immobilie beispielsweise in eine deutsche Gesellschaft einzubringen, denn dadurch erfolgt eine sogenannte Abschirmwirkung hinsichtlich der spanischen Erbschaft und Schenkungssteuer. Wovon ich immer abrate, ist vor dem Einbringen einer Immobilie in eine spanische SL, denn dadurch können wir keine spanische Erbschaftssteuer sparen. Jetzt haben wir gerade gesagt, Erbschaftssteuer und auch die Höhe, ist die gravierend? Auch dazu muss man immer sagen, es kommt darauf an, bedingt durch die relativ geringen Freibeträge, die das spanische Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz vorsieht, ist die Steuer relativ hoch. Sie kann im Extremfall 81,6 Prozent des erworbenen Nachlasses ausmachen. Das bedeutet ja, sagen wir in den meisten Fällen, wenn es auf diese Prozentzahl kommt, die Immobilie ist weg. Denn kaum einer wird diese Summe aufbringen können, um sie dann überhaupt zu behalten. Richtig, das ist oftmals genau das Problem und das ist auch oftmals der Grund, weshalb sowohl die jetzigen Eigentümer an einen herantreten, um Lösungen zu finden und um halt gegebenenfalls diese Steuer zu vermeiden oder je nachdem sie zu Lebzeiten zu veräußern oder an die Kinder zu übertragen beispielsweise. Oder zumindest sagen wir, eine Erbschaftssteuer im Rahmen zu halten. Richtig, zumindest im Rahmen zu halten, das meinte ich damit auch mit minimieren oder reduzieren, ganz genau. Ja, das mit der Erbschaftssteuer, das ist so eine Sache. Sie haben das Stichwort eben erwähnt, Niesbrauch. Birgt ja auch einige Gefahren, weil manchmal weiß man nicht so genau, was da so an Erben hinterherkommt. Und dann gibt es die Einheiratung und dann gibt es das. Es gibt ja vielfältige Probleme. Kann man das trotz alledem absichern? Ja, es ist in der Tat so, das ist auch immer eine Frage, die ich mit dem Mandanten bespreche. Sie sollen immer bedenken, man weiß nie, welche Ehepartner die Kinder mit in die Familie bringen. Da kann sich bei dem Niesbrauch in der Praxis ein Problem ergeben, wenn beispielsweise der Schwiegersohn oder die Schwiegertochter gerne für sich das Objekt, ja, für sich vereinnahmen möchte und dementsprechend die Eltern dann gegebenenfalls verdrängen möchten. Die einzige Lösung, die man in diesen Fällen anbieten kann, ist, dass bereits im Rahmen der Planung der Erbfolge, also ich spreche jetzt von Testamenten, bestimmte Regelungen getroffen werden, um diese misslichen Folgen zu ersparen oder zu vermeiden. Also auch da gibt es keine Pauschallösungen. Ja, Patentlösungen sowieso nicht, aber wir haben das ja alle und wahrscheinlich jeder selbst auch schon erlebt, im Bekannten oder auch im Familienkreis. Was heute noch alles so toll aussieht, kann morgen genau ins Gegenteil sich wenden. Und Sie haben gesagt, dass diese Erben dann vielleicht die Immobilie für sich nutzen wollen. Aber ich glaube, die noch viel schlimmeren Fälle sind, mal schnell zu Geld machen. Das ist richtig. Es ist in der Tat so, wenn die Immobilie zu Lebzeiten an die Kinder übertragen werden und man sich den Niesbrauch vorbehält, die Kinder haben ja die Dispositionsbefugnis über das Objekt. Das heißt also, sie können verkaufen. Sie müssen ihre Eltern nicht fragen. Und da ergeben sich natürlich dann oftmals diese Reibungspunkte und Probleme. Und wenn Sie es nicht so offen machen wollen von wegen des Verkaufs, nehmen Sie einen hohen Kredit auf, bekommen Papa und Mama auch nicht so richtig mit? Nein, da kommen sie auch nicht so richtig mit. Und wie gesagt, die Kinder haben ja dann die vollständige Verfügungsbefugnis und können belasten, können verkaufen. Und da sind die Eltern dann oftmals diejenigen, die leider dann traurig zugucken müssen. Also wir können sagen, Rat an die deutschen Immobilienbesitzer, immer zum Fachmann. In dem Fall ist es der Rechtsanwalt. Und bloß nichts einmal so machen und sagen, ach, das wird schon, es war so. Ganz genau. Kann ich nur jedem empfehlen, dass er bereits im Vorfeld einen Anwalt oder eine Anwältin aufsucht und sich auch eingehend beraten lässt. Für dieses Thema vielen herzlichen Dank. Und wir werden in den nächsten Wochen über weitere Fälle, die den Rechtsanwalt betreffen, gerade in Spanien, berichten. Danke Ihnen schön. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.